Was ist das Weltereignis? Das Weltereignis, die Bedeutung ist eigentlich universal. Aber es gibt auch die persönlichen Geschichten. Die Folgen der Revolution waren in der Tschechoslowakei sehr stark und sehr widersprüchlich. Und in diesen Widersprüchen habe ich auch meine Beziehung zu der Revolution gelebt. Als ich 1951 geboren wurde, war mein Vater gerade in dem stalinistischen Gefängnis. Zum Glück nicht lange. Und es war eine Bagatelle in den Zeiten, wo es wirklich Terror gab. Aber ich erinnere mich gut an die Angst in meiner Kindheit und Jugend vor dieser Macht. Trotzdem, selbst mein Vater, nach dieser Erfahrung als jünger Kommunist, hat er auch seine Hoffnung mit dem Prager Frühling verknüpft. Und das war auch für mich ein wichtiges Ereignis. Und es gab meinem weiteren Leben auch eine politische Richtung. Also die Hoffnung auf den demokratischen Sozialismus bleibt immer noch bei mir. Also diese Widersprüchlichkeit bleibt wahrscheinlich für immer, glaube ich. Ich denke überwiegend eine unbewusste, weil das ist kein großes Thema in der allgemeinen Debatte. Natürlich, die Linke beschäftigt sich damit immer wieder, aber auch nicht sehr produktiv, würde ich sagen. Aber wir haben die Folgen in den postsozialistischen Ländern sehr stark erfahren, als das Konzept des real existierenden Sozialismus scheiterte. Und das war auch dann global der Anfang des massiven Abbaus des Sozialstaates. Also dann merkt man erst nachträglich, wie auch diese sehr brüchstückhafte Verwirklichung der Ideen doch positiv wirkte und das Fehlen sich negativ auswirkt. Also das ist eine große Herausforderung für die Linke, mit der Leere aus den schrecklichen Sachen, die im Namen des Sozialismus passiert sind, doch das Wertvolle und Zukunftstragende weiterzuentwickeln.